Ein Skalar ist eine mathematische Größe, die allein durch die Angabe eines Zahlenwertes charakterisiert ist. Im mathematischen Teilgebiet der linearen Algebra bezeichnet Skalar ein Element des Grundkörpers eines Vektorraumes, meist also eine reelle Zahl. Im Unterschied dazu werden die Elemente eines Vektorraumes Vektoren genannt. Entsprechend wird der Grundkörper auch Skalarkörper genannt. Die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar heißt Skalarmultiplikation oder auch Skalierung. Der resultierende Vektor heißt Skalares Vielfaches von. Im Gegensatz zur Skalarmultiplikation ist das Skalarprodukt eine Belinearform, deren Wert ein Skalar ist. Skalare in der Physik In der Physik werden Skalare verwendet zur Beschreibung physikalischer Größen, die richtungsunabhängig sind. Beispiele für Skalare physikalische Größen sind die Masse eines Körpers, seine Temperatur, seine Energie und auch seine Entfernung von einem anderen Körper. Anders gesagt, eine Skalare physikalische Größe ändert sich bei Drehungen nicht, wird hingegen für die vollständige Beschreibung der Größe eine Richtung benötigt, wie bei der Kraft oder der Geschwindigkeit. So wird ein Vektor verwendet bei Abhängigkeit von mehreren Richtungen ein Tensor. Die Geschwindigkeit eines Teilchens hat die Richtung, in die sich das Teilchen bewegt. Da sich die Richtung bei Drehungen ändert, ist die Geschwindigkeit kein Skalar, sondern ein Vektor. Aber der Betrag der Geschwindigkeit ändert sich bei Drehungen nicht und ist ein Skalar. Ob eine Größe ein Skalar ist, hängt von der betrachteten Transformationsgruppe ab. So ist die Energie ein Skalar bezüglich Drehungen aber in der Relativitätstheorie Komponente eines Vierervektors. Eine Untergruppe der Skalare sind die Pseudoskalare, welche unter einer Ebenenspiegelung das Vorzeichen umkehren. Erweiterungen und Abgrenzung von ähnlichen Begriffen Quadratische Matrizen, die einer Multiplikation jedes Vektors mit einem festen Skalar entsprechen, wird die Eigenschaft Skalar zugeschrieben. Sie sind Diagonalmatrizen, deren Einträge auf der Diagonale alle gleich sind. Auch in einem Modul über einem Ring wird die Multiplikation eines Module-Elementes mit einem Element des Grundrings Skalar-Multiplikation genannt. Die Bezeichnung Skalar für die Elemente des Grundrings ist in diesem Fall allerdings nur teilweise gebräuchlich.